iOS 18 ist in einer ersten Beta-Version erschienen und ich hatte euch, also meine Community, vor ein paar Wochen gefragt, ob ich auch mal Videos zu solchen Vorab-Versionen erstellen soll. Die Antwort war mehrheitlich positiv und deshalb zeige ich dir in diesem Video meine ersten Erfahrungen mit den neuen iOS 18 Funktionen, etwa 24 Stunden, nachdem ich mir die Beta-Version hier auf meinem iPhone 15 Pro installiert habe. Vorab, die neuen KI-Funktionen, die bei Apple ein wenig hochtrabend Apple Intelligence heißen, gibt es in dieser ersten Version noch nicht. Vieles davon wird aber ohnehin zunächst nur in der englischen Version veröffentlicht werden. Fangen wir direkt mit der größten Veränderung an, dem Home-Bildschirm. Du kannst die App-Icons jetzt quasi überall auf dem Raster platzieren und sogar die Farben und Größe der Icons anpassen. Um das zu tun, halte einfach den Finger auf eine leere Stelle des Home-Screen, bis die Icons anfangen zu wackeln. So weit bekannt. Oben erscheint jetzt ein Bearbeiten-Button. Wenn du darauf tippst, kannst du den Home-Bildschirm jetzt anpassen. Du hast die Wahl zwischen einem automatischen, dunklen, hellen oder eingefärbten Erscheinungsbild. Außerdem kannst du die App-Icons von klein auf groß umstellen. Bei groß entfällt der Name der App. Mit der Einfärben-Option kannst du eine feste Farbe für die Icons wählen, die du einfach über den Schieberegler bestimmst, nämlich einmal den Farbton und einmal die Sättigung. Du kannst sogar mit der Pipette eine Farbe aus deinem Hintergrundbild auswählen und mit dem Schalter links kannst du den Hintergrund abdunkeln, um einen Dark-Mode zu simulieren. Um die App-Icons frei zu platzieren, ziehe sie einfach an die gewünschte Stelle. Du musst dich zwar weiterhin an das Raster halten, hast aber deutlich mehr Freiheiten als je zuvor auf dem iPhone. Mit iOS 18 wird die Anpassung von Widgets noch flexibler. Du kannst ihre Größe direkt auf dem Home-Bildschirm ändern, ohne sie löschen und neu hinzufügen zu müssen. Halte dafür den Finger auf ein Widget, bis das Kontextmenü erscheint. Dann ziehst du einfach an den Ecken, um die Größe anzupassen. Besonders cool ist, dass du die Widgets jetzt auch in App-Icons verwandeln kannst. Gehe dafür wieder ins Kontextmenü und wähle ganz links die Icon-Ansicht aus. Schon hast du aus einem Widget wieder die dazugehörige App gemacht. Die nächste große Neuerung findest du im Kontrollzentrum. Wenn du von oben rechts nach unten wischst, siehst du ein völlig neues Design mit runden Icons. Das ist erstmal sehr ungewohnt, bietet aber richtig viele neue Möglichkeiten. Fast alle Elemente lassen sich in der Größe anpassen, indem du sie an den Ecken ziehst. Es gibt auch viele neue Buttons, die du hinzufügen kannst. Einfach auf das Plus oben links tippen und aus der langen Liste auswählen. Wenn du nach unten scrollst, findest du weitere Seiten mit App-Icons und Steuerelementen, zum Beispiel für die Medienwiedergabe oder dein Smart Home. Praktisch ist auch der neue Ausschalten-Button oben rechts. Damit kannst du das iPhone direkt ausschalten, ohne den Umweg über die Seitentaste. iOS 18 bringt eine Funktion, die man bisher nur über Drittanbieter-Apps bekam und die damit nie so richtig funktionierte. Du kannst einzelne Apps mit Face-ID sperren und damit verstecken. Halte dafür den Finger auf ein App-Icon, bis das Kontextmenü erscheint. Ganz unten findest du die neue und noch unübersetzte Option Require Face-ID. Ist diese Option aktiviert, musst du dein Gesicht scannen lassen, um die App öffnen zu können. Ein kleines, aber feines Detail sind die neuen Animationseffekte bei der Seitentaste und bei der Lautstärkeregelung. Schau mal genau hin, wenn ich auf die Lautstärkentasten drücke oder einen Screenshot mache. Hier siehst du eine kleine Einkerbung an der Seite, die sich immer dynamisch verformt, je nachdem wie ich drücke. Diese Optik passt zwar meiner Meinung nach überhaupt nicht zum restlichen Design von Apple, ist aber schon eine ziemlich coole Funktion. Weitere neue Funktionen gibt es auch in der Nachrichten-App, aber um ehrlich zu sein nutze ich diese App kaum. Aber der Vollständigkeit halber, du hast den iMessage jetzt die Möglichkeit, auf Nachrichten mit einem beliebigen Emoji zu reagieren. Bisher konnte man hier nur zwischen ein paar voreingestellten Symbolen wie Daumen hoch oder dem Herzchen wählen. Ja und einzelne Wörter kannst du nun animieren lassen, indem du auf diese Schaltfläche hier tippst. Hier siehst du, gibt es zum Beispiel Explodieren oder Schütteln. Damit der Empfänger diese Effekte sieht, braucht er oder sie aber natürlich auch ein iPhone mit iOS 18. Über das Menü links kannst du nun auch später senden wählen und eine Nachricht einfach vorplanen und zu einem Zeitpunkt deiner Wahl senden, so wie wir das von E-Mails kennen. In der Kalender-App hat sich auch einiges getan. Bei der Monatsansicht gibt es die neue Ansicht Details, mit der man gleich zumindest das erste Wort eines Termins schon sehen kann und von welchem Kalender der Eintrag stammt. Beim Drehen in die Horizontale wird nun standardmäßig eine 5-Tage-Woche angezeigt und ich glaube darauf haben viele gewartet. Wenn du in der Erinnerungen-App jetzt eine Erinnerung mit Datum einstellst, dann erscheint diese Erinnerung endlich auch im Kalender. Hast du nur ein Datum eingestellt, erscheint sie als ganztägiger Termin. Hast du auch eine Uhrzeit gewählt, dann wird auch diese im Kalender berücksichtigt. Der Taschenrechner hat in iOS 18 ein großes Update bekommen. Nicht nur gibt es die App jetzt auch endlich auf dem iPad, sondern du kannst deine Berechnungen jetzt über die Notizen-App machen, indem du auf das Taschenrechner-Symbol tippst und mathematische Notizen wählst. Die Berechnung erfolgt dann automatisch beim Schreiben oder Tippen und du kannst damit zum Beispiel die Kosten für ein gemeinsames Picknick ganz schnell und übersichtlich ausrechnen. Theoretisch kannst du deine Berechnungen nun auch handschriftlich machen, aber das klappte bei mir mit dem Finger gar nicht gut und ist sicher auf dem iPad als Funktion deutlich besser aufgehoben. Bisher hattest du auf dem Sperrbildschirm immer nur die Taschenlampe und die Kamera zur Auswahl. Mit iOS 18 kannst du diese Schnellsteuerung jetzt frei belegen. Halte dafür den Finger auf dem Sperrbildschirm und tippe auf Anpassen. Unten siehst du die beiden Platzhalter, die du mit einem Tippen auf das Minuszeichen entfernen kannst. Dann tippst du auf das Plus und wählst eine Aktion aus der Liste. Du kannst über einen Kurzbefehl sogar andere Apps direkt vom Sperrbildschirm aus starten. Kommen wir zu einem weiteren Highlight von iOS 18, der komplett überarbeiteten Fotos-App. Auf den ersten Blick sieht sie zwar vertraut aus, aber es gibt viele neue Ansichten und Filtermöglichkeiten. Unten links kannst du jetzt nach Kategorien wie Favoriten oder bearbeiteten Fotos filtern. Unter Darstellungsoptionen kannst du die Größe der Fotokacheln ändern und bei Bedarf Bildschirmfotos ausblenden. Wenn du von hier hoch scrollst, siehst du verschiedene Abschnitte wie letzte Tage, Personen und Haustiere, Rückblicke oder Reisen. Bei mir leider leer, weil ich hier noch zu wenige Fotos drin habe. Ganz unten kannst du die Anordnungen der einzelnen Abschnitte so verändern, wie es dir am besten gefällt. Zur neuen Fotos-App werde ich auf jeden Fall ein ausführliches Video machen. Genau wie zur neuen eigenständigen Passwort-App. Die siehst du hier. Im Prinzip sind die Funktionen ähnlich wie zuvor, als die gespeicherten Passwörter Teil der Einstellungen App waren, aber die neue App wird man auch über die iCloud-App unter Windows verwenden können und seine Passwörter auch von anderen Passwort-Managern importieren können. Das möchte ich zunächst einmal in Ruhe ausprobieren und dann gibt es auch dazu ein Video. So, das waren die für mich spannendsten Neuerungen in iOS 18, zumindest in den ersten 24 Stunden. Natürlich gibt es noch viele weitere Verbesserungen, aber das waren eben für mich die ersten Highlights. Wenn du noch mehr Tipps und Tricks rund um dein iPhone suchst, dann schau doch mal in meine Playlist Tipps und Tricks fürs Handy und meine neue Playlist zu iOS 18. Da werde ich dir die neuen Funktionen noch mehr im Detail vorstellen. Ich hoffe, diese neue Art von Video hat dir gefallen. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, wie ich das noch besser machen könnte, dann lass es mich bitte in den Kommentaren wissen. Und wir sehen uns dann hoffentlich gleich wieder beim nächsten Video.